Hier kommt noch ein Wind. Es ist ein schönes Wasser, das ist ein schönes Wasser, das ist ein schönes Wasser. Bei einem Hügel zu, als auch beim Rettfliegen, hat man dann noch zum Beispiel diese Ruhle herstellen, die natürlich auch da langsam oder so langsam zuhören. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.